Hallo liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Runde Among Us. Heute spiele ich mal Matt, den Techniker. Der sieht wunderschön nach einem Techniker aus. Blaumann und die Kelle und diese wunderschöne Brille. Kennt man vielleicht auch Star Wars Filme, muss man sagen. Und ja, wir schauen mal, was hier heute so geht. Crewmage stand da gerade. Ich hoffe ja mal die Runde zu überleben und die Imposter dabei zu erwischen. Das wäre ja so mein Traum. Ich habe ein Traum, dass ich einen Tag den Imposter fange den Imposter und das in einem Moment der Krieg mit meinem Team bekomme. Oh, Wolfman. Ein bisschen mehr Power auf die Upper Engine. Die sind ein bisschen durch. Perfekte Aufgaben für einen Techniker, ne? Wow. Hier leben alle. Da leben sie auch. Gut. Dann mache ich erstmal den. Und ich habe hier Backup in Security. Das heißt, mir kann nichts passieren eigentlich. Wie immer die üblichen Punkte. Ding. Hm. Ich muss dazu sagen, ich habe gerade echt keine Ahnung. Es ist aber auch gefühlt noch nichts passiert. Das heißt, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich habe hier. Der Exige. Ich sehe hier. Bis zum nächsten Mal. Ich sehe, der BVL. Keine Ahnung. Ich sehe, der BVL. Ich sehe, der BVL. also black verhält sich hier gerade echt sass die nummer mit dem verdacht des trash fakes dann dass der weiß der mehr als safe ist verdächtig also du hast dir einen trip in die luftschleuse verdient und ich gehe jetzt erst mal mit zyern dass der safe ist ja das sieht gut aus sie definitiv gut aus aber ich denke den noch weiter ich decke dir jetzt den rücken mein bruder okay die waren schon an gut hier sonst irgendwo was passiert nö 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 kümmern sich gerade so schön da unten keine ahnung die haben was da gerade kickt sage ich jetzt auch einfach mal mit raus auf suche ja und ja und ich 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 glaube ich das sicherste also entweder gewinnen wir das ding gleich über die aufgaben weil ich habe gerade keinen plan wäre es sein ich tippe auf banana ne der war es nicht gut aber wer war es gelb ich deswegen ich ist ein ich bin ich 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 behalte auch schön das techniker outfit so was kriege ich jetzt noch ein crewmate sauber muss ich ganz ehrlich sagen mensch auch zufrieden mit weil ich ehrlich sage jetzt hier im video irgendwas in die richtung versuchen mit crewmate mit einem poster ist mir zu heiß dafür bin ich noch nicht stark genug ich würde es doch machen aber wird halt nicht ganz so unterhaltsam und dann mache ich jetzt erst mal meine erste einer siezen wunderschönen Und die Daten runterladen. Das Problem ist, Trash war tatsächlich so ein bisschen mein bester Schuss auf ein Alibi. Scheiße, mit wem war ich denn jetzt gerade in Technik? Ich sage es halt, ich hätte Shields. Okay, ich würde sagen, wir skippen erstmal, weil das bringt gerade überhaupt nicht. Das Problem ist halt, wenn ich das jetzt mache, wir haben zwei Imposter und mein Zeuge wird umgebracht, ist das reichlich wenig wert. Oh, einer glaubt sogar an den Self-Report. Und ich finde das spannender, so anonym muss ich sagen. Jetzt mache ich erstmal hier Wirings, weil danach muss ich komplett darüber. Es lohnt sich tatsächlich. Okay, alle sind noch am Leben, sehr gut. Das ist quasi eine Cafeteria. Die drei, äh mit dem war ich in Admin, ich habe zwei Zeugen. Schwierig gerade, schwierig, 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 schwierig. Also, Cyan wäre tatsächlich auch so ein Kill-Kandidat. Also, die drei sind raus, die drei hier, die drei hübschen. Das ist gerade echt schwierig. Ich habe echt keine Ahnung. Ähm. Ich skippe, ich habe absolut keinen Plan. Ich habe jedenfalls jetzt erstmal zwei Leuten ein Alibi. Das heißt, zwei sind schon mal raus. Die sind safe. Da haben ja nicht mehr viele. Okay. Der hat Web. Das ist eine sehr wertvolle Info, tatsächlich. Wenn man es glaubt oder nicht. Damit habe ich die nächsten eliminiert. Wirklich ein Imposter zu sein. Na super. Da. 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 ok moment damit 1234 könntest du noch wolf oder kommt leute ich hab's gesehen ich hab die kleine ratte gesehen ich war nah genug dran ich hab die ratte erkannt trotz dunkeln ja da kann ich doch mal stolz mir auf die schulter klopfen ja danke dass ihr diesen wunderschönen moment mit mir teilt da bin ich jetzt gerade echt richtig stolz drauf danke fürs zuschauen das war's für heute und tschüss bis zum nächsten mal ja ja ja